aber nur wenn ich da was für krieg aber ich glaube ich krieg da nichts von ja diese genbank dinger die hier rumstehen sind natürlich ganz nett warte mal das habe ich noch gar nicht versucht schade 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 das wäre natürlich klasse ja es wäre natürlich klasse wenn ich jetzt wo das zweite band ist dass ich hier eigentlich mitnehmen wollte oder habe ich gerade ein kurzzeitgedächtnis eines toten clowns ja hier ein besseres produkt wird glaube ich gar nicht schlecht weil alles was ich hier bisher gesehen habe doch die anlegestelle der tauchkugel jetzt direkt weiter zu rein ja ja komm ich erwähnt dass ich ein brachial guter spieler bin was mit diesen bescheuerten kameras ja komm her so ja da kam jetzt aber viele fand ich nicht gut diese blöden blöden kameras immer gerne da muss ich wahrscheinlich später hin ich weiß es nicht ich will immer wenn ich schon mal in die eine richtung laufen ja komm wir gehen wir gehen jetzt mal den einfachen weg also den normalen weg in anführungszeichen weil ich gehe mal davon aus dass wir gleich da hinten auch noch mal zurück müssen an der oberfläche habe ich einst einen wald gekauft die parasiten behaupteten das land wäre gott und verlangten dass ich dort einen öffentlichen park errichten sollte damit es für meine folgen und offene wund unter dem himmelszelt stehen kann und so tun kann als wäre es das paradies das ich sich verdient hätte als die regierung meinen wald verstaatlichen wollte habe ich ihn mit eigener hand niedergebrannt ja du hast auch überhaupt kein gott komplex oh hi rosie wo ist deine little sister wollte ich noch gefragt haben hast du eine dabei habe ich gerade naja ja als wir hier ankamen fing mascha sofort an zu schreien mama mama was ist das was ist das ich dachte erst sie hätte so eine ich bin kein botaniker oder sowas aber ich glaube ryan hat akadier gerade vernichtet er hat irgendwas mit der atemluft angestellt wir befinden uns auf dem meeresgrund junge der gesamte sauerstoff kommt von den bäumen keine bäume kein sauerstoff das ist schlecht das ist schlecht keine ahnung abhalten klingt gut ich kaufe einfach was damit ich wieder geld aufsammeln kann ich finde das immer so doof wenn ich das geld liegen lassen muss ich hoffe ihr versteht das so ein bisschen ich schaue mir die rosen an habe ich ja gesagt da hätte ich jetzt auch schön fotos machen können oder kette hätte ich hätte ich ähm ist der jetzt tot wo bist du wo bist du da äh bin ich blöd da 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 der houdini slicer schon wieder splicer auch genannt das scheiß ding da ah doofes ding ich mag den nicht also nicht besonders muss ich gestehen ja diese höhle ist jetzt nur für den houdini splicer sagen ah sie bekleiden sich mit blättern und nennen sich die saturn jünger naja sie trinken menschliches blut und singen geisteskranke sprechchöre sie glauben sie werden beseelt von altertümlichen verteilt ha dass ich nicht lache alternde mitglieder einer bruderschaft sind sie die plasmide schlucken und es ambrosia nennen ich jetzt habe ich den foto auch den schatten gerade fotografiert tatsächlich nicht ich mag dich nicht ich weiß es nicht ob das foto zählt oder nicht ja ich denke es zählt ich bin mir nicht sicher ich weiß es nicht aber was ist das ist das jetzt sind das ah tierkreiszeichen ne der widder ich habe keine ahnung wenn ihr da was wisst könnt ihr mir gerne was dazu schreiben ich bin da leider ein wenig überfordert für nein überfordert nicht ich kenne es einfach nicht zu unbedarft keine ahnung nicht gut vorgebildet irgendwie sowas keine ahnung man kann ja auch nicht alles kennen er ist das gift tötet ihn jihihi drei stück das gift tötet das gift zerturiert den parasit ja warte kurz hehehehe das ich konnte es mir nicht nehmen lassen doch vor allem wenn da drei leute drum herum stehen da muss man da muss man auch mal machen lassen dürfen ne schade dass ich hier schon war ja das kommt leider davon wenn man dann auch mal äh abseits der wege wandert und dann ja hätte ich dann was da los ist mit alles äh ich auch noch oh meinen mg munition lässt mal wieder zu wünschen übrig das kommt immer davon das kommt immer davon manchmal habe ich dann ein paar waffen oder eine waffe die ich öfter spiele und äh ja dann plötzlich habe ich davon keine munition mehr ich möchte wetten dass sich das mit der pistole nicht geregelt hat das ist schlecht aber ich könnte auch mal äh hier das wollte ich machen äh habe ich denn ah ich könnte auch mal mit der schrotflinte ein bisschen spielen ne die gibt es ja inzwischen auch mhmhmhm ich heil mich mal doch man weiß ja nie lalalala 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 nein nicht singen gegner töten wow gegner töten ohne selber getroffen zu werden er schmeißt denn damit pistolen nach mir könnte das bitte sein lassen ne irgendwie weiß ich nicht das surround ist bei diesem spiel nicht unbedingt gut oder meine kopfhörer sind mal wieder durch ich weiß es auch nicht eins von beiden hast du die rosa gallica na also auf was wartest du auf meine einladung in schönschrift schick sie mit europas drüber ja das muss ich doch erst wissen fräulein julie gott ja sehr gut perfekt komm hoch in dein büro ich lass dich jetzt rein ich glaube ich hab genau das was wir brauchen um dem wald wieder neues grünes leben einzuhauchen jo machen wir map access to seal hacking experte hacking experte ist das originale hack smart gentonicum das den alarm abschaltet und dabei hilft kurzschlüssel zu kurzschlüssel zu vermeiden dieses plasmid aus der hack smart reihe ist ein absolutes muss für jeden eine alarmplatte und eine überleistungsplatte weniger beim hacken ok ja kranke idioten damit hat man leider öfter mal zu tun ich hab die sicherheitssysteme von diesem laden gehackt die geschütze werden dir nichts tun komm hoch in mein büro ich hab halt nur drei minuten zeit der sagt dass man einem alten hund keine neuen tricks mehr beibringen kann eine gewisse bescheuerte pflanzenforscherin braucht vier jahre bis sie den trick raus hat die bäume im pazifikraum zu entlaufen um die japsen zu verjagen und jetzt sitze ich hier auf dem grund des atlantiks und versuche rauszukriegen wie man den prozess wieder umkehren kann adam 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 das ist wie schlafgebrannter schnaps multipliziert mit der atombombe multipliziert mit eva und der schlange mal sehen was es ausrichten kann ja dieses adam ich habe auch eher das gefühl dass das mehr schaden verursacht als alles andere wir beide hatten doch eine abmachung oder etwa nicht und es ist bereits geld geflossen lass mich dir aus unserem vertrag vorlesen ich zitiere abschnitt 3.4 die ryan industries corporation erhält die exklusivrechte zur herstellung nutzung und verwertung des lazarus vektors eigentum bedeutet zivilisatorischen fortschritt julie ohne die wahrung des eigentums fallen wir zurück in die sumpfige vorzeit wenigstens neun 4 5 7 jedesmal wenn ihr einen schritt näher zum gegnerischen tor kommt schieh rein und ein stück weiter von uns weg also ja von hier aus kann ich natürlich auch sehen ich muss das wir gerade eben aufschreiben ich töte seit 25 jahren bäume seit der zeit in berkeley damals in den zwanzigern bis zu der sache auf ibo jima wo es gegen die japsen ging aber ich habe noch nie ein wieder zum leben erweckt aber jetzt habe ich geschafft becky ist dabei ihren ersten verdammten mutantenbaum zu erschaffen ich werde meine schöpfung den nazarus wektor nennen vielleicht erweckt sie auch die karriere der alten dame wieder zum leben der lazarus vektor ich habe es gedacht dass wir jetzt irgendwie chemisch also ein vektor halt also für wie soll man es jetzt sagen so ich habe es mir aufgeschrieben wo noch mal ich mit meinen kurzzeit gedächtnis er wird mein notizbuch umgedreht war das denn so 9 4 4 5 7 gut dass ich mir das aufgeschrieben habe weil das ist ja nicht so dass ich das von hier aus hätte lesen können aber man weiß ja nun formel für den vektor marktschlüssel und 27 dollar was hat man davon dass man ein genie ist wenn die einzigen die das zu schätzen wissen ein haufen genetisch frisierter idioten sind ich habe den vektor geknackt oder zumindest bin ich mir zu 99 prozent sicher es geschafft zu haben ich brauche nur die blüte einer rosa gallica um meine untersuchungen zu bestätigen dann werde ich hundertprozentig sicher sein destilliertes wasser ein wenig chlorophyll und aus ich habe ein mehrteiliges ziel drücke im übersicht über alle teile das ziel zu halten und das aktive ziel zu wechseln ist klar was haben wir denn erfinde den lazarus vektor längford hat herausgefunden wie man durch gentechnik tote pflanzen wieder zum leben entwecken kann ihr sogenannter lazarus vektor sollte die wirkung von ryan's pflanzengift umkehren können um den lazarus vektor herzustellen brauchst du sieben einheiten destilliertes wasser chlorophyll lösung und enzyproben sobald du alle bestandteile hast brise zu dem u invent machine und stelle dein lazarus vektor her da das wollen wir wollen jetzt einheiten wasser war schon okay hier ist das labor ich komme mir nicht weiter ich musste es einmal machen ich denke dass das mit dem kämpfen und reden das üben war nochmal irgendwann klappt das bestimmt was ist mit dir los du wolltest dich heilen hast du denn so viel geld denkt doch mal drüber nach ach so da stimmt wir haben ja houdini komm her so houdini splicer wir haben einen weiteren fortschritt neues tonicum natural camouflage brauchen sie etwas ruhe und frieden dann verwenden sie natural camouflage und hören sie einfach auf sich zu bewegen schon werden sie unsichtbar denken sie daran nicht zu sehen heißt zu glauben nein das wollte ich nicht das ist wirklich alles anzubrennen oder ich gehe mal schnell weg da ziel erreicht besorge sieben einheiten chlorophyll haben wir das schon mal gemacht wo kriege ich denn wasser her jetzt kann ich will ich ja doch mal nachschauen hier da einheiten wasser der kunde akadier und fahrers market und ja und entzügen proben er könne akadier und fahrers market da will ich auch gar nicht lang blöde schuhe spielt sich voll auf tut so als müsste ich da lang loading hills wo ist denn fahrers market wahrscheinlich noch nach da oben will ich glaube ich noch mal hin und fahrers market sehe ich jetzt gar nicht schade akadier ist riesig aber zum größten teil eher ländlich falls du etwas spezielles suchst würde ich auf dem farmers market anfangen ich guck erstmal hier wacke oh nein die schotten sind verriegelt die verdammte stadt ist so gebaut dass bei einem notfall wie diesem hier kein mensch rauskommt entweder wir bekommen wieder gesunde bäume oder du bleibst für immer hier unten bleiben ist nicht so das beste was ich haben will ich glaube das möchte ich nicht machen wir erstmal den ja den vektor guck mal hier ist wasser du willst du bist krank du bist krank ja da hab ich geschafft habe ich das mal gemacht schon wieder so nodini oder naja erst mal ein actionfoto vom THACKERS SPLEISHER Übrigens, das mit dem A und B und so weiter ist, glaube ich, nur eine Bewertung von dem Foto. Ist mir jetzt auch schon aufgefallen, ja. Guck mal, jetzt hier. Action-Foto, wo die Niesblaster hat. Komm her, du Sau. Ähm, wo bist du? Nicht blind. Hallo. Ach ja, natürlich. Damit habe ich nicht gerechnet. Hallo. Ach, dieses Miese, Mies-Dingi. So. Ich habe echt wenig Munition. Willkommen im Zirkus der Werte. Echt wenig Munition, habe ich gesagt. So, hier. Hacken. Ne. Was ist das denn? Oho, ein Widerstand. Ähm. Habe ich ein Problem? Ah, da. Fertig. So. Aber das Antipersonen-Magazin, auch schön. Der Parasit hat ein Auge auf Rapture geworfen. Halten Sie Ausschau nach innen. Ja, ein bisschen was, äh, ja, ein bisschen Zeug aufsammeln. Und ich glaube, so, wir sind im Farmers Market. Und ich glaube, das ist mit dem ich auch mal zum Anlass, mal wieder ein kleines Päuschen zu machen. Je nachdem, wie man das jetzt nennt. Und diesmal wird die Pause ein bisschen länger dauern, gehe ich mal davon aus. Ähm. Ja, bisher macht es mir wahnsinnig viel Spaß, muss ich doch sagen. Äh. Ich hoffe, euch gefällt es auch noch. Äh. Ja, ich denke, sonst würdet ihr nicht zuschauen. Naja, ich mache jetzt ein kleines Päuschen. Und man sieht sich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis bald.